300 Fragments von Max Intensity wurde 2015 im Rahmen des Karlsruher Stadtgeburtstages erstmals präsentiert. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden in eine überwältigende visuelle und klangliche Komposition wiederführt. 300 Fragments illustriert mit der Traumsequenz am Anfang die Legende der Entstehung von Karlsruher. Die Zeitreise geht in den Gegenwart und in die Zukunft. Prodektion bündet abstrakten Dachensprungen. Die Zeitreise geht in den Gegenwart und in den Gegenwart und in den Gegenwart und in den Gegenwart und in den Gegenwart. Die Zeitreise geht in den Gegenwart und in den Gegenwart. Die Zeitreise geht in den Gegenwart. Das war's für heute. 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 Hey! Das war's für heute. 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 Ciao, ciao. Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute, 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 Effekte, Das war's für heute, 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 Das war's für heute,